Obwohl er ja eine Zeit lang, eine Zeit lang sehr stark nur in Süddeutschland immer vertreten war, auch musikalisch, da dachte man eigentlich, vielleicht lasst ihr euch da mal nieder in unserem schönen Bayernländle vielleicht. Naja, wir haben ja in regionalen Bands gespielt, in verschiedenen Bands und da haben wir uns kennengelernt und so haben wir dann so 1965, 66, 67 uns kennengelernt und seitdem noch zusammen. Ich muss ja sagen, ich war als Junge schon und wenn es heute noch irgendwo läuft, der große Fan der Serie Flipper. Ja, und jetzt sagt uns doch nochmal, für die, die es möglicherweise, ich kann es mir nicht vorstellen, nicht wissen, was hat der Flipper mit den Flippers zu tun? Ja, das war ja diese TV-Serie damals und wir haben einen Namen gesucht und unser Produzent damals, der Willi Sommer, hat zu uns gesagt, wir müssen etwas haben, das schon bekannt ist, aber das nichts mit Musik zu tun hat. Und da irgendjemand ist auf die Idee gekommen, die Serie mit dem Flipper, der ist schon bekannt, wir nennen uns die Flippers. So ganz glücklich waren wir am Anfang nicht, weil irgendwie... Es gab auch Führige. Hättet ihr euch noch... Ein Flippi. Furi. Flippi, das Kängel. Flippi, das gab es an der Band. Damals haben sie alle Mädchennamen, ach nee, nicht Tiernamen durchgemacht. Aber dann seid ihr da dran hängen geblieben. Ja, das war der Grund. Es ging auch darum, der Produzent hat auch gesagt, der Titel Dancing Show Band wäre für deine Eva damals etwas zu Englisch und so weiter. Und da wollte man Kompromiss suchen und hat uns die Flippers genannt. Und die kleine Eva war natürlich der Riesendurchbruch, das muss man sagen. Was war dann im Jahr 1969? 1969. Aber wer hat den wirklich geschrieben? Das war der Bernd, aber noch zusammen mit anderen Kollegen. Mit einem Kollegen zusammen, der nicht mehr dabei ist. Ich meine, dieser Riesenhit, ich sag schon fast Welthit, wann ist euch der wie eingefallen? Es fällt einem, also gezielt arbeiten kann man sowas nicht. Es fällt einem einmal, setzt sich hin, versucht was, bisschen Melodien durch, mit der Gitarre Harmonien probieren. Und es fällt einem ein Melodiebogen ein, man merkt sich den, singt den aufs Tonband auf. Am nächsten Tag hört man es sich wieder an. Und dann weiß man noch was dazu und so bastelt man so ein bisschen und da entsteht dann so ein Titel draus. Ist ja auch nicht gecovered gewesen in dem Sinne, oder? Nein. Das war schon richtig, weil man hat ja heute immer das Gefühl, man war ja nicht kleine Eva, dass das irgendwie schon mal aus Amerika oder so der Elvis gesungen hätte. Nein, nein, nein. Das ist wirklich eure ureigenste Erfindung. Ja, und der Text dann natürlich, da kommt es ja auch drauf an. Da kann ja die Melodie so gut sein, wie sie will. Man muss ja den Text so sitzen lassen, dass der ins Ohr geht. Ja, das sollte eigentlich, hieß es ja ganz am Anfang, weine nicht kleine Mona. Das war seine Tochter und sollte, seine Tochter heißt Mona und das sollte eigentlich weine nicht kleine Mona heißen. Aber auch da hat man dann gedacht, Mona war ein sehr moderner Name zu der Zeit. Da ist man auch davon abgekommen und da hat man genommen, ah gut, Eva. Eva ist natürlich... Verkörpert ja alles.